Hey, willkommen an der TU Braunschweig. Wir befinden uns gerade in einem von 16 Zeichensälen der Architektur. Hier diskutieren wir über Projekte und überlegen uns, wie die Welt von morgen aussehen könnte. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Architektur entsteht? Wie aus einer Handskizze ein ganzheitliches Projekt wird? Wir schon. Wir sind Felix und Katie und wollen euch einen Einblick in das Studium der Architektur an der TU Braunschweig geben. Das Studium an der TU ist lebendig. Der Austausch unter Studentinnen und die zukunftsweisende Lehre von Dozentinnen bestimmt die Qualität des Architekturstudiums. Als Herzstück der Architektur dient der Architekturpavillon. In diesem vielseitigen Raum kommen wir Studierende zusammen. Bei überfachlichen Symposien, der Präsentation von Abschlussarbeiten, Ausstellung prämierter Wettbewerbsbeiträge oder im Pop-up-Zeichensaal für die Abgabephase. Der Bachelor ist der erste Studienabschluss und bietet einen Überblick über das Berufsfeld der Architektinnen. Das Studium lehrt kulturelle und historische Kenntnisse. Vom Bau der Pyramiden bis hin zu den modernsten Architekturen der Neuzeit. Es lehrt das Darstellen und das Gestalten von der ersten Handskizze bis zum fertigen Plan. Es lehrt das Konstruieren und Bauen, das Entwerfen und Planen von Gebäuden in der Stadt sowie in der Landschaft. Nicht nur durch den Austausch unter den Studierenden, sondern auch durch wöchentliche Korrekturen mit den Dozentinnen werden diese Inhalte vermittelt. Und genau da gehe ich jetzt hin. Im Oka-Hochhaus, auch die Scheibe genannt, befinden sich die meisten unserer Institute. Unterschiedlich gesetzte Schwerpunkte verbinden die Wissensfelder Kunst und Technik sowie Geschichte und Gesellschaft. In den Institutsräumlichkeiten finden Besprechungen, Seminare und Zwischenpräsentationen statt, die die Studierenden in ihrem Entwurfsprozess begleiten. Die Qualität der Lehre zeigt sich auch in den hervorragenden Entwürfen von Absolventen und Absolventinnen, die sich regelmäßig nationaler und internationaler Konkurrenz stellen und dabei Preise in renommierten Architekturwettbewerben gewinnen. Im Verlauf des Studiums habe ich die ganze Breite der Architektur kennen und schätzen gelernt. Vor allem in den Anfängen war es toll festzustellen, dass man nicht alleine gelassen wird. In den Korrekturen mit den Lernenden und Mitarbeitenden, in Testaten mit den Professorinnen, aber auch in so grundlegenden Dingen wie, wie baue ich ein Modell, werden wir tatkräftig unterrichtet und unterstützt. Ich bin auf dem Weg ins Institut für architekturbezogene Kunst. Wir haben auch Veranstaltungen an außergewöhnlichen Orten. Kommt, ich zeig's euch! Hier bietet sich die Möglichkeit, den Umgang mit vielseitigen und nachhaltigen Materialien in praktischen und handwerklich geprägten Prozessen zu vertiefen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung für ein Bachelorstudium der Architektur an der TU Braunschweig. Bis bald! Bis bald! Bis bald!